Ich habe mir kürzlich überlegt, einfach mal so welche Verstärkungen sich die einzelnen Bundesligisten im Januar noch zulegen sollten in dieser Transferperiode, ist auch ein bisschen Zeit vergangen, ja längere Pause und jetzt beginnt bald die zweite Saisonphase, also vor allem noch mal die Möglichkeit, den ein oder anderen dazu zu holen oder vielleicht auch den einen oder anderen Spieler dann auszuleihen zum Beispiel und da habe ich mir so überlegt, ja Köln-Hoffenheim, das sind jetzt zwei Klubs, die sollten sich nochmal Mittelstürmer zulegen. Siehe da, Davy Selke bei Köln, Kasper Dolbehr bei Hoffenheim, hat das schon mal gepasst, also warum nicht mal das Ganze für alle 18 Bundesligisten durchspielen und einfach mal schauen, was noch so möglich ist und wäre in dieser Transferperiode im Januar. Kleiner Disclaimer vornweg, wenn ich jetzt darüber spreche, dass vielleicht Verein X Spieler Y von Verein Z holen soll, dann möchte ich nicht dem Verein Z irgendwas Böses, nur ganz kurz, einfach mal so ein bisschen Fantasy-Manager spielen, aber auch drauf schauen, wo vielleicht noch Schwachpunkte liegen bei den einzelnen Klubs. Fangen wir an mit dem Big Dog natürlich. Bayern München, wir gehen einfach die Tabelle von oben nach unten runter und die Bayern sind ein bisschen auch schon durch diese Weltmeisterschaft und auch insgesamt durch das, was jetzt zuletzt alles passiert ist, schon ein bisschen geschröpft und ein paar Fragezeichen sind da für mich schon vorhanden. Ich denke, dass in der Bundesliga trotzdem das Maß aller Dinge bleiben werden. Trotzdem Verletzungen, ja, dann frühes Ausscheiden der deutschen Spieler, die Franzosen WM-Finale verloren, das ist auch vielleicht nochmal ein Thema an einer anderen Stelle dann. Trotzdem, was muss ich tun? Also es gibt dir erst eine Fragezeichen Rechtsverteidiger-Position. Masroi ist jetzt erstmal raus, da gibt es eine Krankheit, die erstmal auskuliert werden muss und Pavard ist wieder im Training, jetzt geht es aber auch darum, Pavard, ja, bleibt er, geht er. Aus meiner Sicht wichtig für die Bayern nochmal auf den Kader zu schauen und eventuell noch einen Hybrid-Verteidiger zu holen, vielleicht eher perspektivisch dann für den Sommer. Daily Plint ist ja so einer, also Hybrid-Verteidiger, so eine Mischung aus Außenverteidiger, Innenverteidiger, Halbverteidiger, also diese ganzen Rollen einnehmen kann, nicht wichtig für die Bayern so einzuhaben, beispielsweise auf der rechten Seite. Pavard ist ja häufig gemacht, dieser balancierende Faktor, ja, einer der ein bisschen tiefer geht, im Spielaufbau mehr partizipiert und dann eben nicht vorn rein stößt, die ganze Zeit wie Alfonso Davies das macht. Also sollte Pavard gehen, müssten die Bayern ausschalten nach solch einem Hybrid-Verteidiger. Dann gibt es noch Mittelfeld, kommt ein bisschen drauf an, ich denke Grafenberg sollte noch Zeit bekommen, um sich zu beweisen, sollte das nichts werden. Dann gibt es ja auch schon die entsprechenden Gerüchte um Konrad Leimer. Im Januar selbst wird sich wahrscheinlich nichts tun, Mittelstürmer-Position muss adressiert werden, allerdings erst im Sommer, denn dann werden die ganz großen Deals gemacht. Harry Kane wäre vielleicht so einer, jetzt mal ein bisschen auch in den Sommer hineinzuschauen. Ansonsten Bayern, alles in Butter, die Torhüter-Position komplex. Mal sehen, was sich da tut. An sich müssten die Bayern noch einen Top-Torhüter holen. Und das ist ganz interessant, da habe ich mir vor kurzem mit einem Kollegen unterhalten, der für ESPN berichtet, dann also in den USA, auch die Bundesliga-Cover zum Teil. Und der hat eben auch gesagt, und ich gehe da mit, also es ist mittlerweile so, dass die Top-Vereine nicht mehr dieses alte Schema unbedingt fahren. Wir haben eine Nummer 1 und einen Backup und der Backup ist wirklich nur das. Also diese Dreher-Position, die diese Rolle früher Bernd Dreher eingenommen hat, bei Bahn München zum Beispiel, hinter Oliver Kahn, nie eine Chance auf die 1. Nein, mittlerweile, wenn da vielleicht der erste Torhüter nicht so performt oder verletzt ist, wird ein anderer geholt, der auch Nummer 1 sein könnte. Das haben die Bayern ja ansatzweise schon gemacht mit Nübel. Und wenn jetzt Sommer kommen sollte und Neujahr ist wieder fit, wird sich das auch dann in eine Konfrontation wahrscheinlich entwickeln. Aber die Top-Vereine, die werfen jetzt nicht einfach mal eine Rückrunde weg und vielleicht eine Möglichkeit auf dem Champions-League-Finale, weil der erst Torhüter verletzt ist. Also die Bayern, sollten sie Sommer holen, machen sie das, was eben Top-Vereine mittlerweile tun. Oder schauen wir auf Chelsea. Ja, viel Geld in Kepa investiert. Und dann kommt eben Mondi, weil Kepa einfach nicht performt. Also so ist es dann nun mal. Oder Keyla Navas ist auch so einer, der in den letzten Jahren immer mal dann so die Nummer 2 war, weil er eigentlich das Talent hatte für eine Nummer 1. Das am Rande. Bayern ansonsten nichts im Januar. Gehen wir weiter. SC Freiburg. Die haben schade verloren, verkauft an Brentford. Teuerster Verkauf in der Geschichte des SC Freiburg. Müssen sie aber nicht kompensieren aus meiner Sicht. Doan, Schollahi, der ja auch längere Zeit gefehlt hat. Grifo, die können das Ganze dann kompensieren. Jong auch noch. Weißhaupt, wenn er bleibt. Also da gibt es einige, die dann diese Halbstürmer-Flügelstürmer-Rolle einnehmen können. Wenn es bei Freiburg eine Position gibt, die vielleicht noch adressiert werden müsste, wäre das zentrale Mittelfeld. An sich sind da einige da, die auch die Rollen ausfüllen können. Kommt es auch ein bisschen darauf an, wie man Röhl bewertet. Ja, ich sehe ihn ja eher als Zehner und weniger als Sechser, Achter. Also einer hat diese Doppelrolle dann im Freiburger System, sondern einer ein bisschen weiter vorn. Hat ja teilweise sogar bei Ingolstadt zum Beispiel auch so mal eine falsche 9 gespielt. Also so gesehen eher eine Reihe weiter vorn anzutreffen, dann Röhl. Deshalb, es gibt Gerüchte, und die finde ich nicht schlecht, Eric Smith von St. Pauli. Ja, wenn der Schwede kommt, das ist so ein richtiger Sechser, der auch wirklich so ein Raumblocker sein kann, physischer Spieler. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Es wird sehr viel über das Laufspiel gemacht bei Freiburg im Mittelfeld. Holen Sie vielleicht noch so einen, der wirklich so diese, einfach öfters hängenderer Sechs spielen kann. Könnte das auch Entlastung schaffen. Ist da nicht ganz so wie normalerweise bei Freiburg, wo die beiden Sechser relativ auf Augenhöhe nebeneinander spielen. Also wo es nicht diese teilweise Verschiebung gibt, diese Staffelung. Einer ist ein bisschen höher, der andere ein bisschen tiefer, einer ein bisschen offensiver, der andere ein bisschen defensiver. Muss gar nicht so sein, aber mit Smith hätte man die Möglichkeit, dann das auch so zu spielen. Also, vielleicht da die Möglichkeit, im zentralen Mittelfeld mal aufzurüsten. In der zweiten Bundesliga also dann auch schauen, was sich so anbietet. Es wäre dann auch so ein klassischer SC Freiburg-Transfer. Schauen wir weiter. RB Leipzig. Da ähnlich wie bei den Bahnen. Ich sehe aktuell keine wirklichen Notwendigkeiten, da irgendwas zu tun. Ich finde, der Kader passt ganz gut zusammen. Und es geht eher jetzt darum für Leipzig, die eigentlich auf allen Positionen gut besetzt sind. Es gibt viele Verteidiger, die können auch teilweise Halb-, Außen- oder Innenverteidiger spielen. Also es gibt so diese auch Flexibilität hinten. Vorn gibt es sowieso mit dem Timo Werner-Transfer damals. Dann im Sommer wurde eigentlich auch diese eine Baustelle noch geschlossen. Und ansonsten hat man sehr viel Potenzial im offenen Mittelfeld, auch sehr viel Flexibilität. Und deshalb eher an der Stelle erstmal Füße stillhalten und lieber perspektivisch planen. Denn Leimer, ein Kunku, das sind so zwei Namen, die können den Verein verlassen. Da geht es dann eher darum, wen könnte man holen? Wer wäre dann dafür geeignet? Da würde ich auch ganz kurz an der Stelle sagen, vielleicht wäre es für Leipzig sogar ganz von Vorteil, wenn dann ein Kunku ersetzt werden soll, sogar eher mal auf dem klassischen Außensturmmarkt zu schauen. Man hat einige Spieler, die sich wohler fühlen in der Mitte, auch wenn sie häufiger dann außen eingesetzt werden. Aber Olmo, Sobosalai, das sind so zwei, selbst Forsberg mit seiner reduzierten Geschwindigkeit, das sind eigentlich welche, die sich so in etwas wohler fühlen. Also nicht die klassische Flügelsturmposition besetzen. Ich glaube, es würde Leipzig ganz gut tun, zum Beispiel einfach die rechte Außenbahn noch zu finden, der ein bisschen weiter draußen spielt, wenn dann wahrscheinlich aus einem Kunku-Geld investiert und reinvestiert werden kann. Ansonsten bei Leipzig auch alles in Butter und vielleicht gelingt ja nochmal die Attacke in Richtung Bayern. Jetzt schauen wir auf die Verfolger des Spitzentrios. Und da geht es weiter mit Eintracht Frankfurt. Bei denen so ein bisschen Bewegung drin ist. Ja, Boré ist ja unglücklich, möchte weg. Tigris zum Beispiel ist da so im Gespräch vielleicht darüber playt. Mal sehen, was sich da tut. Er ist eben nur noch so im zweiten Glied mittlerweile. Und Kolomuani, ja, der Hype wird immer größer. Und nicht zuletzt WM-Teilnahme, Final-Teilnahme. Was sagt man dazu? Nein, also an sich sollte sich nicht so viel tun. Ich denke, eine Position, die adressiert werden sollte, ist die linke Flügelläufer, Flügelverteidiger-Position. Und ich finde nicht, dass da Frankfurt unbedingt einen holen muss, der jetzt ganz viel, ganz krasse technische Attribute mitbringt. Ja, so ein Supertechniker auf der Außenbahn braucht es gar nicht. Denn wir erinnern uns, wie Kostic gespielt hat, was Kostic mitgebracht hat und wie das funktioniert hat auch teilweise. Ich denke, Robin Gosens zum Beispiel, wenn der vielleicht in die Bundesliga möchte, wäre so einer. Der bringt diese Athletik mit, diese Dynamik, vielleicht nicht die letzten paar Prozente Supertechnik, aber er bringt so dieses dynamische Element mit. Gerade vielleicht so auf der ballfernen Seite in vornherein gehen wir erinnern uns daran, was Gosens teilweise gezeigt hat bei der Europameisterschaft 2021. Daran anknüpfend könnte das sein für das Frankfurter Spielsystem unter Oliver Glasner. Ansonsten im offensiven Mittelfeld Kamada, da sind Fragezeichen da. Ich bin gespannt, wie sich Paxton Aronson schlägt. Ja, also Brandon Aronson ist ein bisschen ein anderer Spieler. Ich denke, Paxton bringt noch ein bisschen mehr Technik mit. Also mal schauen, ob er dann wirklich auch schon fürs Spiel und für auch die Minuten in der ersten Mannschaft eingeplant wird. Das ist ein interessanter Transfer. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt. Vielleicht hat man ja auch so einen, der direkt dann reinrutschen kann. Er bringt ein bisschen mehr mit, aber natürlich der Sprung ist riesig von dem vorher Philly und jetzt Eintracht Frankfurt ist schon riesig, weil sein Bruder ging ja über die Red Bull Salzburg-Schiene dann zu Leeds. Das ist nochmal was anderes gewesen, als jetzt direkt bei Eintracht Frankfurt performen zu müssen. Aber ansonsten würde ich da die Füße stillhalten und auf der linken Außenbahn investieren. Vielleicht ein Robin Gosens, der da was sein könnte. Nächster, Union Berlin. An sich Top-Kader-Planung, muss man einfach mal so sagen, weil dieses 3-5-2 jede Position doppelt besetzt, auch wirklich mit ähnlichen Spielertypen. Also Urs Fischer hat das wirklich makellos durchgeplant und zusammen natürlich mit allen anderen, die da involviert sind. Aber Urs Fischer ist dann das Gesicht der Operation. Und deshalb eigentlich Union auch da wenig erstmal an Bedarf, wird dann später noch ein bisschen mehr. Also nicht wundern, dass ich jetzt einfach mal sage, dass hier und da gar nicht so viel investiert werden muss. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, was mit Jordan. Ja, vier Tore. Bislang in allen Wettbewerben ein bisschen wenig. Auch wenig Produktivität, was Schüsse betrifft. Also in einigen Spielen wirklich keinen Schuss, einen Torschuss abgegeben. Ist ein bisschen wenig. Und da ist die Frage dann, Mittelstürmerposition. Geht man jetzt in den Markt rein, wartet noch ein halbes Jahr. Was Jordan zeigt, an sich als Spielertyp ist er schon einer, der da noch sich rein entwickeln kann. War immer ein bisschen Spätstarter bei seinen Stationen in seiner Karriere. Oder geht man jetzt direkt in den Markt und holt sich vielleicht per Leihgeschäft oder wie immer noch einen anderen Stürmer. Klar, man hat Behrens und Co. Aber man will vielleicht diesen einen Stürmer, der auch prägend ist für die Mannschaft. Denn wir erinnern uns, das war in der Vergangenheit auch so. Es war erst Andersen, dann war es natürlich Abonigi. Jetzt brauchen sie eigentlich einen weiteren, wenn Jordan diese Rolle einfach nicht einnehmen kann. Und da muss eventuell nachgebessert werden. Wenn Jordan doch nicht so ganz reinkommt, wurde er auch dann nicht für die Weltmeisterschaft von Craig Burhalter nominiert. Also bleiben ein paar Fragezeichen. Ich finde, seine Produktivität ist teilweise etwas underwhelming. Habe ich jetzt einfach mal auf Englisch gesagt. Und Jordan, US-Nationalspieler, aber spricht gar kein Englisch, sondern Französisch. Egal, am Rande, lustige Story nebenher. Aber an sich ein netter Typ, ich glaube ein Typ, der wirklich in der Mannschaft gut ankommt, muss aber noch ein bisschen produktiver werden. Das also vielleicht. Mittelstürmer für Union Berlin, könnte es was sein. Dann schauen wir weiter auf Borussia Dortmund. Dann könnt ihr jetzt den Witz machen, ja meine Güte, die haben so viele Baustellen. Wo soll Sebastian Kehr anfangen? Also es ist natürlich nicht ganz so einfach. Die Mannschaft, auch da wieder, gerade so diese Schlussphase vor der Weltmeisterschaftspause war nicht gut. Okay, was könnte sich tun? Wo muss eventuell jetzt schon nachgebessert werden? Was kann sich tun? Vorne erstmal nichts. Allaire ist wieder im Training. Sollte der ein Faktor werden, vorne alles so wie es sein soll. Malen liebäugelt ja eventuell vielleicht mit dem Abgang. Ich denke, da sollte man auch erstmal auf die Bremse drücken und dann schauen, was sich weiterentwickelt. Weil es gibt Reus ist ohne Vertrag. Da gibt es ein paar Fragezeichen dann. Also wird mit Reus verlängert. Man möchte ja dann auch weniger Grundgehalt zahlen, mehr leistungsbezogene Boni dann aussprechen. An Reus, wie auch an Mats Hummels, die beide dann keinen Vertrag mehr hätten im Juli. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich denke, da sollte man erstmal die Füße stillhalten. Zumal auch Yusufa Moukoukou sich ja momentan weigert, eine Vertragsverlängerung zu unterzeichnen. Und eventuell auch gehen wird im Sommer. Wichtig ist noch, Außenverteidigerposition. Das ist ja eigentlich ein brennendes Thema seit langem bei Borussia Dortmund. Deshalb gibt es die Gerüchte um zum Beispiel Benze Baini oder auch Miloš Kerkes von Aset. Also ein Ungar, der in Serbien geboren wurde. Deshalb auch ein serbischer Name, aber an sich eigentlich ein Ungar. Ist nach Ungar gegangen, um sich da dann fußballerisch weiterzuentwickeln. Der bringt ein bisschen was mit. Allerdings mir würde es persönlich besser gefallen, würde man, weil auch vielleicht Guerrero geht und weil auf der rechten Seite wenig Kreativität da ist, sollte man vielleicht einen etwas spielmachenden Außenverteidiger holen. Der also auch etwas Entlastung schafft, damit dann die Innenverteidigung rund um Hummels, Schlotterbeck und Süle einen hat, der etwas Entlastung dann mitbringt. Also einen, den man da so daneben stellt. So ein bisschen wie die Parvá-Rolle zum Teil. Also einen tiefer stehenden Außenverteidiger, der etwas Kreativität mitbringt. Problem ist, es gibt sehr, sehr wenige Außenverteidiger. Insgesamt, die ja wirklich so Top-Shelf sind, ganz oben anzufinden. Und die paar, die es gibt, sind natürlich auch nicht bezahlbar. Die sind schon bei Top-Clubs festgenagelt. Die kann der BVB eh nicht holen. Deshalb habe ich lange gesucht. Und einer, der es vielleicht sein könnte, wäre Quentin Merlang von Nantes. Der ist jung, der hat Entwicklungspotenzial. Der spielt bei Nantes. Also auch für den BVB wahrscheinlich dann verpflichtbar, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Also das wäre eine Möglichkeit, Merlang vielleicht zu holen. Weil da ist auch Kreativität da. Das ist so ein spielmachendes Gehen da, was ja eigentlich auch Guerrero hat. Was ein paar andere haben. Ist nicht häufig zu finden bei Außenverteidiger. Es gibt auch viele, die voll auf Athletik setzen. Voll linear nach vorn gehen. Genauso gehen wir linear weiter. Die Tabelle hinunter mit den nächsten Teams, die sich momentan hinter dem BVB aufhalten. Aber auch nochmal den Angriff oben rein, dann starten wollen in der zweiten Saisonphase. Sprechen wir jetzt über den VfL Wolfsburg. Das ist ja auch ein Team, was sich so ein bisschen gemausert hat. Das sah zwischenzeitlich nicht so gut aus. Aber mittlerweile, Wolfsburg steht tabellarisch gut da. Wenn ich jetzt auf die, sag mal etwas, negativen Aspekte dieses Teams schaue, die Scorer sind sehr gleich verteilt. Also es gibt momentan bei Wolfsburg, vielleicht ist es auch ein Vorteil, ich sage, es könnte ein Nachteil sein, nicht so diesen Unterschiedsspielern. Und wenn ich auf das Spielsystem blicke, was momentan präferiert wird, das auf die Grundformation, dann ist es ja so, dass es so zwei Achterpositionen gibt. Arnold ist so der Strippenzieher von hinten heraus. Klar, gerne aus dem linken Halbraum, auch mal ein bisschen tiefer fallen, auch mal so quasi fast in die situative Dreierkette hineingehend. Und dann wird der Ball nach vorn gebracht. Es gibt natürlich dieses Flügelspiel, was auch vielfach fokussiert wird. Logischerweise, es gibt auch viel Qualitäten auf den Außenbahnen. Und dann, ja, in der Mitte, es war ein weh, hat sich noch nicht ganz so eingeführt. Und da fehlt ein bisschen was. Und deshalb habe ich mir überlegt, eigentlich bräuchte Wolfsburg so einen Unterschiedsspieler momentan. Und da wäre vielleicht einer, einer, der mal in der Jugend des VfL Wolfsburg war, und vielleicht auch nicht mehr lange bei seinem aktuellen Verein ist, nämlich Julian Brandt. Das ist mir mal so eingefallen. Julian Brandt wäre vielleicht genau der für die Achterposition, der in dem Spielsystem ein Unterschiedsspieler sein kann. Das Problem ist, man muss ein bisschen rauskitzeln. Am besten mal bei Peter Boss nachfragen. Der hat das ja damals bei Bayer Leverkusen ganz gut geschafft. Und die Frage ist, könnte das Brandt vielleicht nochmal bewerkstelligen, jetzt in dem Wolfsburger System. Heißt, so diese Achterposition, vielleicht sogar die höhere Achterposition. Diese Läufe zwischen den Linien in die vordere Linie hinein, oder in den vorderen Zwischenraum hinein. Und im Pressing dann intelligentes Positionsspiel, muss ich nicht zu Tode laufen. Eventuell wäre es was. Also das ist einfach so ein Spieler, der mir mal eingefallen ist. Denn die Wolfsburger hatten, wenn wir mal historisch draufschauen, immer so einen Unterschiedsspieler im Zentrum, beziehungsweise auf so einer Halbposition. Also in den letzten Jahren zumindest. Der Bräune, Draxler mal eine Zeit lang vielleicht, wenn man das so behaupten kann. Oder davor natürlich Misimovic und so weiter. Also es ist immer so einer gewesen, der so ein bisschen da im Zentraloffensichtmittelfeld was gemacht hat. Ja, mal sehen. Kruse ist es auf keinen Fall. Das ist klar. Also vielleicht den Unterschiedsspieler für die Achterposition jetzt holen. Vielleicht wartet man auch noch. Vielleicht mal schauen, was Swan Bay macht. Also ja, ich bin mir ein bisschen unsicher, aber ich glaube, Wolfsburg müsste da noch etwas nachbessern. Das also mal als kleine Anmerkung. Schauen wir weiter. auf Borussia Mönchengladbach. Da ist das Problem, wenn man aktuell auf die Transfergerüchte so blickt und einiges ist dran, ehrlicherweise. Hat Gladbach nächstes Jahr, also nächsten Saison noch eine Mannschaft? Frage. Also weil natürlich da. Thüram, Coné, Benzibaini, Sommer. Super. Eigentlich jetzt schon Plan einfach mal für nächstes Jahr, für Saison 23, 24, weil ja, Mannschaft fällt auseinander anscheinend. Keine Ahnung. Mal sehen. jetzt Stand heute, an sich die Mannschaft, wie sie jetzt gerade auf dem Papier vorhanden ist, ist gut und hat auch noch Potenzial für mehr und ich denke, da geht auch noch einiges mit Farke. Also deshalb, ja, Dion Drenabelio ist so einer, der gerade auch als möglicher Neuzugang ins Spiel gebracht wird. Das finde ich auch geil, weil das wäre jetzt einer, ein junger Spieler aus der kroatischen Liga, gerade acht Tore gemacht, 1,95 groß, ein bisschen schlagsig, aber so leicht, so, ich weiß nicht, so kalitschig, aber technisch noch ein bisschen besser und der, wenn der jetzt kommt, klar, der ist noch weit davon entfernt, irgendwie jetzt führender Mittelstörer, wenn man muss in Gladbach zu sein, aber jetzt den holen, langsam aufbauen, langsam heranführen und vielleicht sogar einen haben, der dann relativ schnell zündet, wäre eine Möglichkeit. Ich fände es an sich eine ganz geile Sache, wenn er in Gladbach den holen würde, wäre mit ein bisschen Risiko verbunden, aber auch nicht mit viel finanziellem Risiko, weil der würde dann für ein paar Millionen kommen und ich denke, oh, sieh, würde man da schon irgendwie ein Deal andrehen können, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber es ist dann neu zugänglich, hast du gerade mit Liga, da geht immer was finanziell betrachtet. Also das finde ich ganz gut, ansonsten würde ich einfach so versuchen, den Kader zusammenzuhalten und vielleicht den einen oder anderen davon zu überzeugen, dass man doch gerne da bleiben möchte und, was vielleicht auch noch so ein Faktor wäre, Dennis Zakaria möchte sich ja gerne bei Chelsea durchsetzen, aber vielleicht könnte man mit Juventus nochmal ins Gespräch kommen und Zakaria perspektivisch zurückholen, weil bei Mönchengladbach hat er eben seine beste Phase und war da auch ein wichtiger Faktor und könnte da im Zentralmittelfeld auch wieder ein wichtiger Faktor werden. Zakaria passt auch in dieses Farke-System wie die Faust aufs Auge, sei es als tieferer Sechser, sei es also ein bisschen dynamischer, fast so ein Box-to-Box-Sechser, wobei das ja nicht ganz ist, also quasi so Box bis Anfang, letztes Drittel Sechser, könnte man sagen. Also in dieser Richtung dann Zakaria zu haben, der auch dann noch ein bisschen was dazugelernt hat, ich sehe da schon Ansätze, gerade bei Juventus habe ich Ansätze gesehen, dass er auch ein bisschen mehr so Spielrhythmus diktieren kann etc. Also warum nicht dann Zakaria zumindest versuchen zurückzuholen, wäre eine Möglichkeit. Schauen wir weiter, Werder Bremen, auch da ähnlich wie bei Union Berlin, finde ich, kadertief, ja auch wirklich für diese ganzen wichtigen Positionen, für diese wichtigen Rollen, gibt es Spieler, klar man könnte jetzt sagen, was ist mit der Sechser-Position, Groß, aber Groß schlägt sich gut, Grujew ist da, also da gibt es an sich auch keinen Nachbessungsbedarf, Romano Schmid ist auf der achten Position wichtig, Bittencourt ist da, Weiser ist da, auf der linken Seite, wo vielleicht auch ein paar Fragezeichen waren, aber Jung ist dort und dann hat man auch mit Buchanan noch einen weiteren und insgesamt passt das wirklich, auch für die Innenverteidigung. Einige hat Werder Bremen da zur Verfügung, das Einzige, was so vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte, ist der Doppelsturm vorn, der an sich, wenn die fit sind, alles super, Füllkrug, Duxch, alles super, Börg, ja, war teilweise super Joker, zuletzt auch nicht mehr unbedingt immer, trotzdem, wenn da mal einer der beiden Stammstürme ausfallen sollte, dann wird es problematisch, also gerade wenn Füllkrug ausfällt, wird es ganz problematisch und dann bin ich gespannt, wie das dann kompensiert werden soll, deshalb, geht man da auf Nummer sicher, kauft sich quasi eine Versicherung, ja, wäre die Frage, wen könnte man holen, würde ein Tim Kleindienst zum Beispiel, könnte man den loseisen von Heidenheim, würde Heidenheim sagen, jo, machen wir, also ich habe jetzt einfach mal überlegt, wer dazu passen könnte, wer in dieses Spielsystem von Werder Bremen passen könnte, da bin ich auch Kleindienst gestoßen, der natürlich auch gut scort, aber eben auch Qualität hat und sicherlich natürlich auch nach oben schielt, in die Bundesliga hinein, aber könnte man den jetzt im Winter loseisen von einem Aufstiegskandidaten aus der zweiten Bundesliga, fraglich, aber ja, wer weiß, aber Werder Bremen muss sich da eventuell überlegen, für den Sturm auch noch was zu holen, damit eben dann auch weiterhin die Erfolgsstabilität vorhanden ist, gerade eben, wenn vielleicht vorn mal einer ausfallen sollte, man muss ja auf alles vorbereitet sein, genauso wie die nächsten Teams, auf die wir jetzt blicken, im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Und dann machen wir weiter mit Mainz 05, die eine ganz okaye Saison spielen. Ich habe ja da noch kein abschließendes Urteil erlaubt, um ehrlich zu sein. Irgendwie, ich habe mir gedacht, das Svensson-System bricht nicht ein, aber könnte noch ein bisschen mehr in Regress gehen, aber nö, momentan passt das schon, aus meiner Sicht tabellarisch, alles im grünen Bereich, oder eben im Mainz-Roten-Bereich. Und es ist ja auch noch Potenzial da oben da. Also wenn wir drauf schauen, Stach, Wittmer, da gab es ein paar Form-Teams, haben wir noch nicht so performt, dann auch, da war ich Johnny Burkhardt, verletzt gewesen. Also ich denke, wenn da Svensson auch noch daran arbeitet, einfach Leistungsträger der vergangenen Saison, wieder nach oben zu bringen, Also wenn die verletzungsfrei sind, fit sind, dann wirklich die auch in Form zu bringen, dann hat Mainz auch noch Potenzial für mehr. Deshalb würde ich eher daran arbeiten, mit dem vorhandenen Personal einiges dann zu bewerkstelligen. Es gibt eine, oder einen Mannschaftsteil, der, ja, der ein bisschen dünn besetzt ist. Das ist die Abwehrkette, die Dreierkette. Da darf eigentlich keiner ausfallen, denn Fernandes spielt da teilweise auch so ein bisschen dann umgeschult quasi, für den Moment zumindest. Deshalb, wer könnte da in Frage kommen? Da wäre zum Beispiel Pfeiffer von Darmstadt 98 so einer, der gut reinpassen könnte. Der ist groß, ja, auch so 1,95 ungefähr und bringt viel Physis mit, kann aber sowohl Zentralverteidiger als auch Halbverteidiger in der Dreierkette spielen. Von seinen Anlagen her kann ich mir beides sehr gut vorstellen, auch wenn bei Darmstadt ja ein anderes Spielsystem praktiziert wird. Es ist natürlich auch die Frage, Darmstadt möchte sich umbeziehen lassen, aber der wird mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Bei Mainz könnte der sehr, sehr gut reinpassen. Man muss immer daran denken, die haben eben NIA-KT abgegeben und schießt auch weg. Da war es ein bisschen dünn dann, vor der Saison, das hat sich schon so ein bisschen auskristallisiert, dass wirklich diese Dreierkette hinten fast auf der letzten Rille fährt. Also, da jetzt vielleicht am besten im Winter noch nachbessern. Nicht, dass dann eine weitere Verletzung dann komplett alles ins Wanken bringt, denn das wäre unnötig, wenn vielleicht dann weiter vorn oder auf den Außenbahnen dann plötzlich auch die wichtigen Spieler wieder in Form sind und wieder mitwirken können, überhaupt, wenn wir auf Johnny Burkhardt schauen. Der nächste Verein. Bereits einmal erwähnt, TSG Hoffenheim, habe ich hier gesagt. Also ich habe mir den Kader schon mal angeschaut, ich habe mir alle Kader schon mal angeschaut und habe gesagt, die brauchen einen Mittelstürmer. Nicht nur, weil Rütter wahrscheinlich gehen wird, also da ist es ganz heiß mit Leeds United und der wird wahrscheinlich gehen, 30 Millionen ungefähr sind da im Gespräch als Ablöse von 20-Jährigen, der ein bisschen was nachgewiesen hat, aber natürlich auch jetzt noch nicht den krassen Track Record hat, aber der wird dann wahrscheinlich verkauft und aber selbst wenn er bleiben würde, aus meiner Sicht ist wichtig, dass Hoffenheim noch so einen richtigen Mittelstürmer holt. Einen richtigen Mittelstürmer, erklärst gleich, ist mir wichtig, dass man Baumgartner ein bisschen zurückzieht, dass er nicht weiter vorn spielen muss und Baumgartner Grammarosch dann wirklich die zweite Linie besetzt hinter einem Mittelstürmer. Kaspar Dolbeer ist jetzt nicht der Poacher schlechthin. Man holt ja da auch einen mit ein paar Fragezeichen, der war mal so ein Top-Talent, war ja auch mit einigen Verbindungen gemacht worden wie dem BVB damals, als Dolbeer schon mit on top war, was die Talente betraf in Europa, damals bei Ajax. Wichtig ist Dolbeern, das hat ja aus meiner Sicht gerade bei der dänischen Nationalmannschaft in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, der kann so beides, der kann so diese zentrale Position halten, so Ablagenspieler sein, der wirklich auch mit Grammarosch, klasse Positionsspiel, diesen Zug, dieses Auge für Torabschlüsse hat Grammarosch, fast wie kein anderer der Bundesliga und Baumgartner, der auch so, der kann so diesen Stretch-Szener spielen quasi, also Halbposition, dann nach außen driften, von außen auch wieder reingehen oder eben was auch, Baumgartner natürlich kann so diesen Zug entwickeln, nicht unbedingt, weil er jetzt die krasseste Endgeschwindigkeit aller Zeiten hat, sondern auch diesen Zug entwickeln in die Schnittstellen hinein und da wäre es eben wichtiger, wenn er ein bisschen zurückgezogen spielt und dann quasi so diesen Schwung mitnimmt von Ablagen von Dolbeer. Dolbeer kann aber auch selber dann auch mal auf die Außenbahn treffen, so ein bisschen sich treiben lassen quasi so in alle Richtungen. Ich finde sowieso immer gut, wenn Mittelstummer so beides können, wenn sie jetzt nicht die krassen Physis-Monster in Strafraum sind, à la Roland oder so, wäre es wichtig, dass man beides so ein bisschen kann und Dolbeer kann an sich von seiner Veranlagung her beides. Deshalb ganz guter Transfer, klar, ein paar Fragezeichen bleiben, er hat nicht auf dem Level performt in den letzten Jahren, was man sich einst erhofft hat. Aber gut, das sind auch natürlich dann immer so Erwartungen, die vielleicht manchmal auch etwas hochgeschraubt sind. Bei vielen Spielern ja, die mal so Top-Talent waren oder dieses Prädikat aufgeklebt bekommen haben. Das Prädikat Top-Talent passt sehr gut zum Spieler Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen, denn der ist jetzt wieder mit dabei und aus meiner Sicht wichtig, weil Schick in dieser Saison noch nicht so performt, auch wieder ein paar Verletzungsprobleme, das gehört einfach auch bei Patrick Schick dazu und dann ist immer die Frage, wer soll eigentlich dann vorn spielen? Asmund, ich glaube, man sieht mittlerweile, dass, ja doch, er muss sich strecken, um es in der Bundesliga wirklich so zu schaffen. Deshalb, Florian Wirtz kann auch vorn spielen. Es gab ein paar Spiele schon in der jüngeren Vergangenheit oder in den letzten beiden Jahren, in denen Wirtz ganz vorn gespielt hat, als Neuner quasi, zumindest auf dem Papier und das waren teilweise sehr, sehr gute Spiele. Weil natürlich, er hat nicht die Größe wie ein Patrick Schick, er hat nicht das Abschlussspiel wie ein Patrick Schick, er hat nicht die Strafverpräsenz, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Ja, so ein Wirtz kann dann die beiden Nebensicht, die beiden Außenstürm, Halbstürmer dann wirklich sehr gut in Szene setzen, hat natürlich auch diese Intensität, auch im Gegenpressing dann vorn, direkt wieder drauf zu gehen. Ja, ist ja teilweise unterschätzt auch bei einigen Teams, was Gegenpressing ganz vorn betrifft. Man spricht ja gerne so über Gegenpressing so innerhalb der gegnerischen Hälfte, aber nicht unbedingt ganz vorn, aber Wirtz ist einer, der hat so einen schnellen Schalter für Gegenpressing, das ist ein Wahnsinn zum Teil. Deshalb, auch das nochmal, so ein Pluspunkt, wenn dann vorn der Ball verloren geht, dann wird es direkt nachgehen und sie irgendwie dann quasi stehenbleibt, durchfällt sozusagen und er einfach hinter dem Ball ist und nicht mehr hinterherkommt oder auch kein Faktor mehr ist in der Rückplatzbewegung. Kleiner, ja auch noch Exkurs dazu. Ansonsten schick natürlich klar, wenn der fit ist, soll er auch spielen. Was bei Leverkusen fehlt, ist natürlich immer noch dieser eine Ankerspieler auf der Sechs, den haben sie immer noch nicht und das werde ich wahrscheinlich noch jahrelang weiter predigen. Den braucht bei Leverkusen, den braucht einen richtigen. Ja auch einen richtigen Spielmacher beziehungsweise einen, der so den Spielrhythmus vorgibt und der wirklich das Leverkusen-Spiel auch mal entscheidend während einer Partie verändern kann. Denn teilweise ist das zugleichmäßig, der Spielrhythmus ist zugleichmäßig. Selbst in Spielen, in denen Leverkusen überlegen ist, wird wenig dann variiert, sondern die Spielzüge sind recht ähnlich immer wieder. Deshalb wichtig, Leverkusen braucht diesen einen Ankerspieler. Holt man den im Winter? Kriegt man den überhaupt im Winter? Wahrscheinlich nicht, aber irgendwann müssen sie jetzt mal einen finden. Am besten jetzt anfangen mit der Suche und dann spätestens im Sommer einen holen, weil den braucht Leverkusen. Ansonsten wird man nie das ganze Potenzial dieser Mannschaft ausschöpfen können. Tut mir leid, ist einfach mal so. Schauen wir jetzt auf einen Lokalrivalen von Bayer Leverkusen, wobei manche Kölner werden sagen, eigentlich unser einziger Rival ist Borussia Mönchengladbach. Sei es drum. Sprechen wir über die Kölner, die wurden bereits einmal erwähnt, die haben nämlich Davy Selke verpflichtet und das muss da auch sein, weil vorn drin einfach eine Verletzungen dann schon auch die Personaldecke erheblich ausgedünnt haben und es da auch große Fragezeichen gibt. Also Dietz kann ja nicht mehr eingreifen. Bei Andersson spricht Steffen Baumgart davon, Verletzung Karriere bedrohend. Andersson negiert das dann. Egal, also vorn gibt es einige Probleme. Davy Selke kommt jetzt rein, für ihn ist es dann auch Make it or Break it. Also er muss jetzt endlich abliefern und dann zeigen, dass er wirklich noch die Qualität hat, ein Stammstürmer zu sein in der Bundesliga. Ein Satz stimmt, er hat auch das Talent, aber wir kennen die Probleme von Davy Selke, also gesehen, Köln ist jetzt nochmal so eine Chance für Selke, um vielleicht nochmal daran anzuknüpfen. Er kam damals mit viel Hoffnung und vielen Erwartungen in die Bundesliga über Werder Bremen. Mal sehen, mal sehen. Schauen wir ansonsten noch auf den Kölner Kader. Das ist ja eigentlich ein Team, was schon ja auch über Passspiel kommt, auch über Passspiel wirklich Linien brechen kann, was über Passspiel versteht, Raumgewinne zu erzielen. Das ist ja weniger vielleicht diese Eins-gegen-eins-Qualität, die ist auch teilweise vorhanden. Florian Kainz zum Beispiel ist so jemand. Aber was mir vielleicht so ein bisschen noch fehlt, ist so dieser eine Flügelstürmer, der im Eins-gegen-eins wirklich eine absolute Kanone ist. Also einer, der wirklich dafür den Unterschied sorgen kann, der die Durchschlagskraft hat im Eins-gegen-eins und der diese Qualität mitbringt. Gerade da könnte man auch viel asymmetrisches dann kreieren, also zum Beispiel Kainz ein bisschen enger stehen lassen, so ein 4-2-3-1 zum Beispiel. Oder auch in der Raute, die ja Baumgart auch häufig schon spielen gelassen hat. Und dann habe ich einen anderen, der so als Flügelstürmer über die Außenbahn kommt, von außen nach innen dann zieht. Und in der Bundesliga gibt es Kandidaten, ja sicherlich, aber man könnte auch mal in den Westen schauen, nach Frankreich zum Beispiel. Da ist ein Buku von Stadrem, 20 Jahre alt, links außen, kann aber rechts spielen, hat einiges, schon gezeigt ist zuletzt. Verheißungsvolles Talent, bringt ein bisschen was mit und könnte dann von Köln vielleicht auch noch weiter aufgebaut werden. Das wäre so ein Transfer, den könnte ich mir sehr gut vorstellen vom 1. FC Köln, zumal es ja auch diese natürliche Nahrungskette mittlerweile gibt. Also die Premier League holt die besten Bundesligaspieler und die Bundesliga holt die verheißungsvollsten Spieler aus der Ligue 1, also über Umwege landen dann alle aus Frankreich trotzdem irgendwann in England und gehen nicht direkt über den Ärmelkanal rüber. Marcus Duram könnte der Nächste sein im Übrigen. Aber das ist jetzt abseits des Themas 1. FC Köln. Köln sollte also vielleicht da nochmal nachlegen, vielleicht noch jemanden holen. Buku wäre dann so einer, den ich mir ganz gut vorstellen könnte von Stadrem. Es gibt Verletzungen bei den Kölnern ganz vorn, beim FC A, beim FC Augsburg ist es dann eher im zentralen Mittelfeld. Strobe, Dorsch, beide verletzt. Grueso möchte anscheinend den Verein verlassen, also da gibt es auch ein paar Fragezeichen. Heißt, Augsburg muss im Zentrum nochmal nachlegen, muss noch jemanden holen. Und wer könnte da sein? Da habe ich an Diego Demme gedacht, von Napoli. Er spielt momentan bei seinem Herzensverein Napoli, aber konnte sich da nie vollends durchsetzen. Und Demme ist jetzt kein klassischer Spielmacher, der über das Passspiel kommt, aber eine Art läuferischer Spielmacher. Das hat er in seiner Hochzeit bei RB Leipzig auch gezeigt. Trotz seiner begrenzten technischen Qualitäten hat er es geschafft, über sein Laufspiel, seine Laufintensität, sein auch Positionsspiel, seine Antitipation in die richtigen Räume reinzugehen, dann auch das Spiel mit zu diktieren von RB Leipzig damals. Und warum sollte ihm das nicht auch im FCA-System unter Enrico Maaßen gelingen? Da könnte er sowohl in die etwas attackierendere Sechserrolle hineingehen, also dann ein bisschen nach vorn stoßen häufig, eben über sein Laufspiel als auch die tiefere Sechserrolle ausüben und mehr so in die horizontaler Arbeiten, also so der Art Raumblocker sein, der aber weiträumig agiert, wäre möglich. Diego Demmer hat sicherlich das Potenzial und vielleicht möchte er in die Bundesliga zurückkehren. Ansonsten nur am Rande, wenn wir über Mittelfeldspieler sprechen, FCA. Ich weiß, Florian Grillitsch wollte im Sommer zu einem größeren Verein und hat ja auch verhandelt mit einigen. Aber ein Florian Grillitsch im Enrico Maaßen-System, wie wir es jetzt sehen, das wäre was gewesen. Das wäre was gewesen. Nur so am Rande, Grillitsch, ah, das hätte eine gute Zusammenarbeit werden können. Gut, sollte nicht sein. Die Grillitsch-Odyssee wurde ja weitreichend auch publizistisch begleitet. Gehen wir weiter zum nächsten Verein. Hertha BSC, da gibt es ja dann auch noch transfermäßig ein paar Verbindungen zum FC Augsburg, aber das ist Zukunftsmusik. Schauen wir erstmal auf die aktuelle Situation. Hertha BSC hat sich von einigen, nennen wir es mal überzähligen Spielern getrennt. Leihgeschäfte und so weiter wurden eingefädelt. Ein paar Fragezeichen bleiben jetzt, wenn Martin Dardai auch noch gehen sollte, hätte man eventuell zu wenig dann Innenverteidiger für die Rückrunde. Also sollte sich da noch was tun, müsste Hertha eventuell nochmal nachlegen. Ansonsten finde ich es ganz gut, was so der Kader hergibt. Dann gibt es vorn noch die Fragezeichen, da wurde ja jetzt schon auch was eingetütet, aber eben erst für die kommende Saison. Kongar aus meiner Sicht muss Stürmer Nummer 1 bleiben. Auch wenn Selke weg ist, ist Kongar ja sowieso jetzt eigentlich Stürmer Nummer 1. Gibt es ja eigentlich fast keine Alternative zu ihm. Jovic könnte auch mal die Rolle ausüben, aber ansonsten ist es eben vor allem dann Kongar, auch wenn er noch nicht so getroffen hat, auch wenn er Anlaufschwierigkeiten hat zum Teil, jetzt in dieser Saison. Trotzdem, ich denke, Kongar sollte Stürmer Nummer 1 bleiben, sollte diese Rolle ausüben. Und es geht vielmehr darum, wer spielt dann neben ihm, hinter ihm, um ihn herum. Und da ist ja Jovic einer, der dafür geeignet ist, so diese sekundäre Stürmer Rolle auszüben, diese hängende Spitze zu geben, gerade wenn es so ein 4-4-2-System ist, sondern so ein 4-2-4-System, mehr oder weniger, fast schon. Aber Jovic hat gezeigt, es ist belegt, er kann jetzt nicht 30 Spiele abreißen oder ein paar weniger, auch wenn es noch die Rückrunde ist, auch wenn es 18 Ligaspiele sind. Die kann er nicht abreißen am Stück. Schafft er nicht. Das heißt, man müsste nochmal darüber nachdenken, wen könnte man sonst noch in diese Rolle hineinbringen, wer wäre dafür noch geeignet? Und da denke ich, könnte Hertha vielleicht nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, um vielleicht noch so einen anderen zu haben, so einen zweiten Jovic sozusagen. Wer wäre geeignet für so eine Rolle, so als Schattenstürmer, als verkappter Zehner, als der zweite Mann, der aber schon auch wirklich so ein Ballmagnet ist? Und da ist mir Max Kruse in den Sinn gekommen. Max Kruse, ja, das wäre jetzt eine Story. Er war bei Union Berlin, Wolfsburg ist er raus, er selber möchte ja gerne in die USA, er möchte weit weg. Seine Ehefrau, der gefällt es in Berlin, denn Max Kruse ist ja nicht weggezogen. Max Kruse ist immer in Berlin geblieben, der mag Berlin trotzdem, auch wenn er vielleicht jetzt in die Ferne möchte. Also, Hertha BSC, Max Kruse. Interessant wäre, wenn wir Jovicic und Kruse vergleichen, Jovicic aus meiner Sicht ein bisschen stärker im Umschaltspiel, also da ein bisschen mehr mit Tempo reingehen, auch wenn er natürlich ein Tempo verloren hat über seinen Karrieren weg, da hat auch die Verletzung eine Rolle gespielt. Trotzdem, Jovicic vielleicht, etwas stärker im Umschaltspiel und Kruse etwas stärker im Ballbesitzspiel. Das könnte ganz gut zusammenfallen. Da könnte man auch dann variieren, was muss mehr präferiert werden für Spiel A versus Spiel B. Wen setze ich ein? Jovicic oder Kruse? Wen habe ich als sekundären Stürmer? Ball gingen. Man hat es gesehen bei Kruse, ja gerade auch bei Union Berlin, als er dann integraler Bestandteil dieses Offensivspiel war, dann hat auch Urs Fischer ein bisschen mehr Ballbesitz spielen lassen, hat das alles um Kruse herum aufgebaut. Klar, er ist jetzt kein Faktor, er kann auch nicht 18 Spiele abreißen. Wie sein Fitnesszustand ist, mal sehen. Aber warum nicht? Das wäre ein absoluter Wildcard. An sich, Hertha möchte ja eigentlich sehr seriös werden. Aber auf eine gewisse Art und Weise wäre so ein Transfer auch trotzdem cool. Und ein bisschen, ein bisschen wild muss es ja trotzdem bei HTBSC sein. Komm, also, man kann jetzt nicht seinen ganzen Markenkern aufgeben. Wild geht es auch bei den anderen Abstiegskandidaten zu. Hertha möchte sich irgendwie unten rausarbeiten. Andere stecken unten drin und werden wahrscheinlich auch bis zum Ende unten drin bleiben. Über die sprechen wir jetzt abschließend. Schauen wir also auf den drittletzten momentan. VfB Stuttgart. Da gab es zuletzt Berichte, man möchte sich eventuell von Mafropanos jetzt schon trennen. Zumindest klar, es gibt diese Abgangsgerüchte und Mafropanos wird wahrscheinlich auch spätestens im Sommer gehen. Bonasosa auch einer, der ständig mit einem Abgang in einer Verbindung gebracht wird. Allerdings, was ich nicht verstehen kann, wenn dann eben so Berichte rauskommen, ja, Mafropanos könnte jetzt schon im Winter den Verein verlassen, dadurch würde man frisches Geld in die Kassen spülen und dann könnte man dieses Geld nutzen, um den Kader aufzubessern. Funktioniert man sich nicht, weil Mafropanos ist ein Impact-Spieler, sowohl defensiv als auch offensiv. Er kann sich ja auch nach vorn hin viel einschalten, hat auch das in dieser Saison wieder unter Beweis gestellt. Es fehlt ja auch sein wenig dieses antreibende Element im zentralen Mittelfeld in der Vergangenheit. Mangalan war so einer gewesen, Castro war auch so einer. Das fehlt mittlerweile beim VfB Stuttgart. Mafropanos gleicht das aus durch seine Vorstöße dann aus der letzten Reihe oder aus der ersten Reihe hier nach Blickwinkel nach vorn. Also heißt auch, offensiv bringt er eines mit und Mafropanos muss deshalb gehalten werden. Wenn du brauchst ein Abstiegskampf, Impact-Spiel, du brauchst ein Abstiegskampf, eben, seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, vor allem Siege und mit einem Spieler wie Konstantinos Mafropanos kannst du das eher schaffen, als wenn du einen breiten Kader hast und 25 Spieler auf einem Niveau. Du brauchst diese Unterschiedsmacher im Abstiegskampf eigentlich fast noch mehr als irgendwo sonst. Natürlich, klar, ein Kollektiv muss auch zusammenarbeiten, aber der Stuttgart ist es wichtig, dass eben so ein Mafropanos sehr gut performt. Den brauchen die in der Rückrunde auf alle Fälle, genauso wie in Silas, der noch ein bisschen zulegt, wieder, der bleibt ja beim VfB Stuttgart, aber Mafropanos, ganz wichtig. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht erstmal keine wirklichen Baustellen, die unbedingt behoben werden müssen. Es geht eher darum, Mafropanos zu halten, Sosa zu halten, Silas noch ein bisschen einen Schub zu geben. Da wird das vielleicht noch was. Für die VfB Stuttgart aktuell, Relegationsplatz. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Im Übrigen auch Zagadou zum Beispiel, auch verletzt jetzt, um aber noch so einen Namen zu nennen. Also Mafropanos wird natürlich auch hinten drin gebraucht, genauso wie alle anderen, aber ich muss mich jetzt mal auf den Spieler einschießen, denn der war schon der herausragende Stuttgarter. Zuletzt gewesen, soll noch da bleiben. VfL Bochum, ein bisschen eine andere Situation, da hatte ich mir auch überlegt, was sollte der VfL machen? Wichtig, einen Verteidiger noch zu holen, da ein bisschen mehr Breite zu schaffen, vielleicht auch noch einen qualitativen Push zu geben. Haben sie mittlerweile gemacht. Direkt nach Neujahr wurde Schlotterbeck geholt, als Leihgeschäft. Also da schon mal Hausaufgaben erfüllt, genauso wie im Zentralmittelfeld. Pierre Koundé kommt zurück, war bei Fenerbahce, jetzt erstmal bei Bochum, aber auch Leihgeschäft. Also wichtig auch, Bochum hat nicht diese ganzen planerischen Sicherheiten wie andere. Sollte es runtergehen, die zweite Liga, müsste man wieder umbauen und klar, Bochum hat auch nicht die finanziellen Ressourcen, um jetzt hier also wirklich all out dann auf dem Transfermarkt nochmal richtig zuzuschlagen, alle Mannschaftszeile zu investieren. Deshalb clever gemacht, auch im Zentralmittelfeld mit Koundé, der bringt wirklich noch ein bisschen was mit. Da geht es wirklich eher darum, ein bisschen Breite noch zu schaffen. Bei Koundé denke ich auch, ein bisschen qualitative Spitze noch mit reinzubringen. Vorhin hat man auch verschiedene Spielertypen. Ich finde eigentlich, dass da Bochum gar nicht so schlecht ausgestattet ist. Also auch so Typen wie Holtmann, Zoller und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Spielertypen, die an sich auch dazu dann prädestiniert sind, dass das System angepasst werden kann, dass man auch ein bisschen variiert, auch mal einen Überraschungsmoment mit drin hat. Deshalb würde ich bei Bochum versuchen, aus der Mannschaft so viel möglich rauszuholen, zumal ich eben auch glaube, dass einfach da nicht viel Geld vorhanden ist, was jetzt hier rausgeworfen werden kann. Ich glaube, das funktioniert einfach so nicht. Bochum ist da in der anderen Situation und ist vielleicht auch nicht unbedingt erwartbar gewesen, dass man sich jetzt schnell wieder in der Bundesliga so langfristig etabliert, sondern es könnte vielleicht hoch runter, hoch runter gehen in nächster Zeit. Da muss man auch clever bleiben und eben nicht einfach alles, was man hat, investieren, für einen möglichen Nichtabstieg und dann trotzdem absteigen. So meine Sicht. Weil zumindest schauen wir auf den letzten Verein in dieser Übersicht zur Bundesliga und zu allen 18 Bundesligisten. Das ist Schalke 04. Die haben schon mal eine wichtige Baustelle geschlossen, nämlich die Linksverteidiger-Position. Jare Urunen ist gekommen. Der Finne wird aus meiner Sicht da gut reinpassen. Wenn Urunen jetzt auch schnell sich da anpasst und schnell integriert ist, dann könnte der sofort deinen Impact haben. Für die Mannschaft positiven Impact natürlich vor allem. Ansonsten beim Blick auf das Schalker Team. Klar, man hat in der Innenverteidigung natürlich vor der Saison doch Federn gelassen. Ein bisschen mit Tower. Der Abgang schmerzt schon irgendwo. Aber, ja, was soll man machen? Itakura. Ebenso. So ein Faktor. Defensiv Mittelfeld, Innenverteidigung. Gut, aber ich glaube, dass da an sich das gar nicht so schlecht aussieht bei Schalke. Also gerade wenn wir aufs Mittelfeld schauen. Und nehmen wir mal an, es wird jetzt mit 4-2-3-1 gespielt. Also zwei Sechster in einem Zehner. Sechster-Position passt aus meiner Sicht. Auch Graal kommt jetzt eher an das Leistungspotenzial und Leistungsvermögen heran, was er in der Vergangenheit schon gezeigt hat. Aus meiner Sicht wichtiger, vorn auf der Zehner-Position nochmal nachzulegen. Schalke, Umschaltspiel wichtig. Schnell nach vorn kommen, über Brücken des Mittelfeldes. Aber, der Umschaltzehner quasi kann wichtig werden. Denn, dann spiele ich den Ball nicht direkt in die Spitze, sondern spiele über den Zehner, der quasi so als Durchlauferwärmer dann nach vorn kommt mit dem Ball, den Ball weiterspielt. Dadurch ein bisschen mehr Struktur drin ist, weil eine Passstation mehr dann auch integriert ist in dieses Umschaltspiel. Das kann manchmal sehr wichtig sein. Es geht nicht immer nur darum, ganz schnell in die Spitze zu kommen, sondern es geht auch darum, gewisse Struktur zu haben, gewisse Präzision drin zu haben und einen Zehner eben nicht nur zu nutzen, dass der dann irgendwelche Ablagen vom Stürmer aufnimmt oder dergleichen, sondern, dass man da vielleicht einen hat, der so eine Art Umschaltszener ist. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wer könnte da sein, ja eher dann vielleicht ein Leihgeschäft, was Schalke abschließen könnte. Und da ist mir einer eingefallen, der bei MSC Freiburg neu reinkam, man noch nicht so richtig durchsetzen konnte und vielleicht so dieses halbe Jahr dann braucht, um sich nochmal anders mal zu beweisen, eine wichtige Rolle, eine Schlüsselrolle auch zu spielen. Und da ist mir dann Daniel Kofi-Tschre eingefallen, ja, oder Kiare, wie er auch teilweise ja genannt wird, obwohl er mal gesagt hat, dass seine Aussprache ein bisschen anders ist. Ist auch egal, aber jedenfalls, der wäre einer, der aus meiner Sicht so als Umschaltszener könnte der sehr gut funktionieren. Ist ja kein klassischer Spielmacher auf der Szene, aber ähnlich besser an Pauli, obwohl die ein bisschen Ballbesitzlastiger gespielt haben, aber trotzdem, so dieses Element der Zehner beschleunigt, aber ist gleichzeitig, dass da ein bisschen strukturgebend zu sein, gerade bei schnellen Angriffen. Da könnte Kofi-Tschre einer sein, der wirklich da Schalke weiterbringt, mal als Name, ja, das ist natürlich auch nicht so einfach, Schalke hat auch nicht die Ressourcen, um jetzt hier ganz viel zu investieren. Möglichkeit. Ansonsten vorn Polter, eventuell fällt der lange aus, das würde schmerzen, aber ob man da nochmal nachlegt auf der Stürmerposition, finde an sich hat man da schon einiges. Ich glaube, Zehnerposition ist wichtiger. Nicht jetzt Drexler irgendwie die Triplettenfrage stellen, aber ich weiß nicht, ob Drexler wirklich der Zehner sein soll, oder aber vielleicht in einer anderen Position, wo es dann mehr darum geht, Lücken zu schließen und so weiter, vielleicht etwas wertvoller sein könnte. Mal sehen. Ja, das war jetzt der Rundflug durch die Bundesliga. 18 Bundesligisten, was soll sich tun im Januar, was soll vielleicht verändert werden, wo soll investiert werden, wer soll einfach nur die Mannschaft zusammenhalten. Geht ja auch darum, wichtige Vertragsabschlüsse, ja, überall wird versucht, dann auch die Talente zu halten. Ja, wir sehen zum Beispiel bei einem Ulrich, bei Harter BSC zum Beispiel, so ein Top-Talent, möchte man unbedingt halten, da es geht ja auch darum, dass die Manager jetzt Höchstarbeit leisten müssen. Ja, viel mehr Arbeit als ich hier beim Video, aber ich hoffe, es hat es trotzdem gefallen und schreibt gerne eure Kommentare direkt rein, ja, vielleicht habt ihr irgendwie andere Meinungen, sagt, nein, mein Verein soll folgenden Spiele investieren, soll folgenden Spiele holen. Schreibt es gerne rein in den Kommentarbereich. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, gerne liked das Video, shared es auf Social Media, abonniert den Kanal gerne, falls ihr es nicht getan haben solltet und wenn ihr ein Abo da lasst und wenn ihr Abonnenten seid, dann bleibt doch up to date und wir sehen uns bald schon wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.